So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf diesem Kanal und heute geht es um den Film Der Nachtmahr. Ja, ein deutscher Film, von dem jetzt einige sagen, hey, Moment mal, da habe ich ja gar nichts von gehört. Ja, der Film hatte auch nur einen relativ kleinen Kinostart in Deutschland, lief glaube ich nur in ein paar ausgewählten Kinos und deshalb habe ich mir das jetzt mal zur Aufgabe genommen, euch diesen Film ein bisschen näher zu bringen, denn der Film, der sollte auf jeden Fall mal kurz gewürdigt werden. Der Film lief am 26. Mai 2016 in den deutschen Kinos. Mittlerweile ist der Film auch schon auf Blu-ray und DVD erhältlich. Aber warum geht es überhaupt in der Nachtmahr? Tina ist 17 Jahre alt und geht häufig auf Partys, trifft sich mit ihren Freundinnen und so, hat eigentlich ein relativ gutes Leben, auch die Eltern sind nicht gerade arm, sage ich jetzt mal. Und eines Tages auf einer Party oder nachdem sie auf einer Party war, bemerkt sie zufälligerweise, dass sie eine Art, ja, man kann das relativ schwer beschreiben, eine Art Alien, sage ich jetzt mal. Das sage ich jetzt einfach nur so, es ist kein Alien, aber ich will das jetzt mal so beschreiben sozusagen, also der Nachtmahr sozusagen, ja, den entdeckt sie komischerweise in der Küche. Am Anfang will ihr keiner so richtig glauben und alle halten das sozusagen nur für einen Traum, für Wahnvorstellungen und so. Aber ab der Mitte des Films ist es dann komischerweise so, dass dieses Wesen real scheint. Das heißt, es gibt es wirklich und nicht nur in ihrer Fantasie oder in ihrem Traum scheint, ähm, dieses Tier, äh, zu existieren. Und damit beschäftigt sich dieser Film halt hauptsächlich wieder mit diesem Thema, was ist real und was ist Fiktion oder was ist Traum? Und, ähm, dieser Film hat dieses Ganze richtig gut umgesetzt, muss ich sagen, ja. Also das war ein Film, der Extralative, sage ich jetzt mal so. Wir haben wenig gute deutsche Filme, ja, das muss man mal so sagen, ähm, das beruht beispielsweise, der Untergang, ähm, aber auch andere Filme, wie zum Beispiel 2014, Who, who, who am I oder who am I, ich weiß es jetzt gar nicht, who I am oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie der Film hieß, ähm, das sind so Auslammerfilme. Wir haben so jedes Jahr, denke ich mal, so einen guten deutschen Film, wo man sagen, geil, dass wir den rausgebracht haben und meistens ist es so, dass dieser, dieser eine deutsche Film halt viel zu wenig gewürdigt wird und das ist halt in diesem Jahr auch für der Nacht mal ganz klar der Fall. Der Film wurde meines Erachtens zu wenig gewürdigt, ja. Der ist einfach gestaltet, ja. Wir haben viel, äh, schnelle Schnittfolgen ab und zu mal. Das heißt, ähm, dieser Film ist wirklich nicht für Epileptiker oder so, die dadurch vielleicht einen Anfall kriegen könnten. Das ist jetzt nicht, äh, machen mich darüber nicht lustig oder so, das ist wirklich so. Also ich hatte auch mal einen ganz kurzen Moment, wo ich sage, wow, alter Wetter. Das hat schon ganz schön reingehauen, diese schnelle Schnittfolge, die schnellen Bilder, die, äh, äh, relativ laute Musik. Das heißt, so der Film an sich ist immer relativ leise gestaltet vom, vom, vom Ton her. Das heißt, ab und zu muss man dann doch schon mal ganz schön, äh, in der Fernbedienung hochseppen, um überhaupt zu verstehen, was sie erzählt. Und dann auf einmal in der nächsten Sekunde haben wir übelst laute Clubmusik, sage ich jetzt mal, die ordentlich reindämmer. Das heißt, Leute, wenn ihr richtig, äh, äh, stressige Nachbarn habt, dann solltet ihr euch den Film definitiv, äh, mit Untertitel angucken, weil diese, ähm, diese laute Musik, die ist halt wirklich extrem laut im Vergleich zum normalen, äh, im Vergleich zum normalen, äh, Geschehen, sage ich jetzt mal, zur, zur normalen Auseinandersetzung der, äh, jeweiligen, äh, Charaktere, sage ich jetzt mal. Und was mir in der Nacht mal auf jeden Fall dieses, dieses, dieses Wesen, sage ich jetzt einfach mal, das fand ich, das sieht so, ich weiß nicht, ich fand das genial umgesetzt auf jeden Fall, ja. Ähm, das hatte so, das hatte so diesen komischen Aspekt und, und, und dann immer, was ist es überhaupt? Ist es wirklich nur in ihrer Fantasie? Ist es ein Wesen aus einer anderen Welt vielleicht, das wir nur noch nicht verstehen konnten, ja? Das war relativ geil in diesem Film, ja. Ähm, es gibt so ein paar Negativpunkte, ja, die kann man jetzt auf jeden Fall ankreiden, es sind nicht viele, aber man kann hier so ein bisschen ankreiden, auf jeden Fall. Und zwar halt so zwischenzeitlich, da hat der Film immer mal so einen kleinen, leichten Hänger, aber, ähm, er ist halt wirklich geil gemacht. Also, das war wirklich mal so ein, wieder so ein deutscher Film, wo man sagt, ja, super, dass man diesen Film so umgesetzt hat. Man hätte das auch, man hätte diesen Film auch ganz anders hätte gestalten können. Es hätte, äh, billig aussehen können, ähm, auch, äh, diese Gestaltung, dieses Nachtmaß, sage ich jetzt einfach mal so, die hätte anders wirken können, ja? Äh, wir hätten das viel, äh, langweiliger gestalten können, dass man schon vielleicht am Anfang gleich merkt, äh, äh, was passiert überhaupt und, ah, gut, alles klar, das wird sich also aufs Ende hinausspiegeln, aber es ist nicht so. Ich habe in einigen Szenen gedacht, am Anfang, gut, das ist jetzt klar, das, das muss das Ende sein und in Wirklichkeit ist das passiert. Und dann, alter, nee, ist ja doch nicht so. Gas, geil! Warum ist das so? Gras? Ich wollte krass sagen eigentlich, glaube ich, gerade. Ähm, was ist da passiert? Was haben wir jetzt hier gerade gesehen, ja? Und da hat mich der Nachbar wirklich sehr überzeugt. Ein souverän starker deutscher Film, ähm, Hut ab davon und damit gibt es am Ende auch souverän verdiente 8 von 10 möglichen Punkten für der Nachtmaß. Ich bin, äh, froh, diesen Film mir auf Blu-ray geholt zu haben und, ähm, ich kann diesen Film wirklich nur weiterempfehlen, einmal zu sehen auf jeden Fall. Und damit bin ich eigentlich schon raus an dieser Stelle. Haut rein und ciao!